Aber jemand, der ihn jetzt auch wieder fordert, das ist die Anja Zeichel. Wir schauen, was sie für eine Challenge bereit hat. Hallo Anthony, oder besser gesagt aktuell gerade guten Morgen aus Nizza. Du siehst, ich bin hier auf dem Sofa am Hängen und das aus folgendem Grund. Ich kann mich nämlich kaum bewegen. Darum habe ich gedacht, was mache ich diese Woche mit dem Anthony oder was muss der Anthony diese Woche machen, besser gesagt. Wenn es nach mir ginge, würden wir eine Recovery Week machen, heisst das einfach, du könntest dich eine Woche in diese Position rühren und einfach ein wenig abhängen. Ehrlich gesagt, ich habe überall Muskelkater. Alles durch, wie weh. Aber, ähm, du siehst, hinter mir, ein Stege. Nein, nein, scheisse. Die Stege bin ich nämlich schon mal durchgegangen in der Nacht, ich habe den letzten Steggetritt verpasst. Aber nein, fertig rumliegen jetzt. Auch für mich kann es natürlich wieder etwas machen, trotz Muskelkater, no excuses. Und, ähm, so, deine Challenge ist folgende, dass du mich hier mal aufraffen zuerst. Und, ähm, so, deine Challenge ist folgendem. Also, du siehst, du brauchst zwei Flaschen, das sind grosse, zwei Liter Flaschen. Für die Übung langsam aus, vor allem wichtig, dass du langsam runterkommst, ok? Also nicht einmal runterkommst, sondern schön langsam runterkommst. Und wenn du oben bist, machst du sie so, dass du die Flaschen, sieht man es, ein wenig abkippst. So, als würdest du die Wasserflaschen ausleeren wollen. Und von denen machst du tausend Stück. Tausend! Und wenn du eine Pause brauchst, 30 Sekunden und weiter. Ja, nicht hundert, nicht zweihundert, wieso schämig, tausend, Toni? Herr Schank? Tausend. Jetzt erst mal ganz kurz, Anja Zeilen mit den Steigen runterkommt. Ja, ja, genau, ja, klar. Aber trotzdem, ja, tausend. Tausend? Spinn dich eigentlich. Das ist viel. Das ist viel, ja. Aber, Jona, du hilfst mir, Toni, sicher. Nehmt doch mal je zwei Flaschen. Geht doch nach vorne und macht einfach so ein paar Mal die Übung, so ein bisschen, um einstimmen, Toni. Dass du etwa weisst, wie sich die Zehen anfühlen, dann kannst du die tausend auch abschätzen. Wir können nicht zueinander. Wir können nicht zusammenzählen. Also, im Skifit-Modus. Nein, also. Einmal wahrscheinlich noch nicht so streng, nehme ich jetzt einfach mal an. Das zweite Mal schon ein bisschen strenger. Das dritte Mal immer noch locker. Light wet. Was meinst du, Toni, tausend liegt drin? Kein Problem. Kein Problem. Gut, okay, du hast noch Zeit, um das wieder zu arbeiten. Könnt wieder gerne absitzen. Wir müssen noch auflösen, welchen Lauf du machst am Samstag. Und das ist der Basler Stadtlauf, Toni. Was? Also, die, die es richtig reingeschrieben haben in den Chat, die kriegen 100 Franken Topf am Goatschi. Merci, Toni. Danke, Jona. Danke, Sarah, dass ihr da gewesen seid. Ciao. Groß damit. Groß